So, jetzt sind wir wieder bei The Forest. Ich konnte auch zum Glück laden. Ich wusste nicht, ob es wirklich geht. Aber scheinbar geht es. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. Ich habe jetzt auch irgendwie ein Rauschen hier. Ich habe ein bisschen rumprobiert beim PC. Ich mache lieber nochmal Stopp, sonst werde ich hier angegriffen. Ich hatte einige technische Probleme. Weil er hat mein Headset nicht erkannt. Beziehungsweise ich habe da keinen Ton gehört. Ja, da habe ich mal ein bisschen geguckt. Ein bisschen innen drin geguckt. Habe dann die Klappe nicht mehr zugekriegt. Habe bald einen Affen gekriegt hier, naja. Ich bin halt wahrscheinlich ein bisschen verpeilt, wie auch immer. Jedenfalls sehr schlechte Laune, aber ich hoffe, das hat sich jetzt gelegt. Mal gucken, ob es noch mehr technische Probleme gibt. Ich hoffe nicht, aber ich spiele einfach mal weiter und mal gucken. Ich sollte natürlich auch mal ein bisschen blocken bei den Gegnern. Ansonsten muss ich mich mal ein bisschen wieder reinfinden. Es ist heute auch der Tag, wo die Folge höchstwahrscheinlich noch hochgeladen wird. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wo sind wir denn hier überhaupt? Natürlich sind wir noch da, wo wir vorher waren. Ich schlafe mal, wenn es geht. Gut, es ging sogar. Gut. Das ist schon mal gut. Wir brauchen natürlich dringend was zu essen. Ah, ich mache immer denselben Fehler. Hauptsache, ich habe das Spiel schon eigentlich ziemlich intensiv verfolgt und habe trotzdem keine Ahnung. Das ist auch lustig, ne? Geht das Feuerzeug nicht oder was ist hier los? Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich brauche auch dringend was zu essen. Kann man alle weghauen. Die sind alle giftig. Wenn das jetzt schon wieder falsch ist, ja, dann schlagt es mich einfach. Oh, Besuch. Gleich so viel. Hilfe. Oh, oh. Hilfe. Mal blocken. Aber so viele... Wie komme ich denn gegen sie an? Ich bin verhungert, was? Fuck. Ein Einschlag tot. Was ist das denn? Ich kann ja mal sagen, Kronk hat so viele Folgen davon gemacht und ich habe sehr viele geguckt und ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Das ist echt traurig. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, haut doch mal her auf mich drauf. So, das schöne Hauptmenü. So, das schöne Hauptmenü. Laden wir einfach mal. Heute ist nicht mein Tag oder ich bin einfach zu blöd oder beides. Ich weiß es nicht. Ich will mir ja meine Bausung in Ruhe bauen wollen. Gut, aber... Was zu essen brauche ich ja auch noch und überall sind die komischen Leute. Natürlich habe ich den nicht bekommen. Dann... ... Ja. Da muss ich ein paar Snacks essen und schon wieder habe ich Besuch. Wow, ich habe mal jemanden umgebracht. Ah, da kommt wieder die ganze Patrouille. Wie soll ich denn gegen die ankommen? Das kann ich nicht. Hatten wir hier kein Feuer? Ach ja, das Spiel ist ja immer so verwackt. Stimmt ja. Gut, Speichern geht natürlich. Na, ich kriege die nicht. Wo ist meine Axt? Habe ich die jetzt weggeschimpft? Nein. Dann bomben wir wieder ein neues Feuer. Gleich mal hier vorne. Dann können die Kollegen da vielleicht mal ein bisschen reinlaufen. Wir sind die Hasen, die sind irgendwie schwieriger zu kriegen. Und ich werde ganz nass. Na, hoppel doch nicht immer weg. Jetzt habe ich einen bekommen, aber ich habe hoffentlich nicht Besuch. Wo ist er hin? Ich treffe aber auch nichts. Ich treffe aber auch nichts. Na komm, kommt. Geht durchs Feuer. Geht für mich durchs Feuer. Oh ja. Holzen wir mal diesen Baum hier. Ich hoffe, die sehen mich nicht von der anderen Seite durchs Flugzeug. Geht durchs Feuer. Oh, es ist laut. Geht durchs Feuer. 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 Du cornerst uns an restieren. Gott, ich werde belagert. Nein, 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 nein. Hau doch mal ab, hier gibt es nichts. Ja, der soll auch mal mehr nach unten schlagen. Nein, das möchte ich nicht. Wie benutze ich den Lurch als Rüstung? Das weiß ich nämlich auch nicht. Ach, hier war unser Feuer. Toll, da ist jetzt ein Boom drauf gewesen. Nein, oh, ich Dummerchen, ey. Wie ich hier überleben soll. Oh, die Pistole. Die bringt mir ja viel. Na, wenn der Bediener zu doof ist, dann bringen wir es nicht viel. Keine. Vielen Dank.